So Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Mein Name ist die Pfeiler und ja, heute ein relativ spontanes Video, ehrlich gesagt, ja. Blizzard hat einfach mal ein weiteres Update rausgehauen zu WoW Classic im Sommer 2019. Ein Bluepost hier im europäischen Forum, aber auch im amerikanischen Forum und heute werden wir uns einfach mal diesen Bluepost anschauen, ja. Da sind einige sehr spannende Änderungen drin enthalten. Ja, Blizzard sagt hier, dass sie quasi auf der BlizzCon 2018 einen Plan vorgestellt haben, in wie vielen Phasen der Content von WoW Classic released werden soll, ja. Und der ursprüngliche Plan beinhaltete hier Phasen, wo der Content in WoW Vanilla kommt. Und dieser Ablauf von den Phasen sollte sich vor allem darum herum aufbauen, wie der Machtanstieg, sagen wir hier, also wie der Progress der Gilden und auch der Spieler vom Gear her sich verhält in WoW Vanilla, ja. Mittlerweile haben sie sich ein paar Gedanken darüber gemacht und das finde ich sehr interessant, wie sie hier davon sprechen, dass sie auch das Gefühl vermitteln wollen, wie sich das ursprüngliche WoW mal angefühlt hat und wie es sich angehört hat, quasi einer Community anzugehören. Und das finde ich sehr, sehr gute Neuigkeiten, ja, dass sich Blizzard anscheinend hier wirklich sehr viele Gedanken macht, wie sich quasi auch die Leute letztendlich auf den Servern fühlen werden, ja. Dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche eigenen Testserver und werden da vielleicht eine eigene Community irgendwie haben, um sich das mal anzuschauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie deswegen diesen ursprünglichen Plan mit den vier Phasen nochmal überdacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass es mehr Sinn macht, wenn man das auf sechs Content-Phasen ändert, ja. Und die Phasen sind weiter unten auch noch aufgelistet, die werden wir uns gleich nochmal genau anschauen. Genau, hier sagen wir einfach nur noch, dass quasi, ja, die Inhalte von WoW Classic auf den verschiedenen Patch-Stadien immer kommen werden. Das heißt, die Inhalte von der Version 1.3 wird erst kommen, dann 1.4, 1.5 und so weiter. Allerdings werden quasi die Talente und das Klassenbalancing von Anfang an schon auf Patch-Stand 1.12 bleiben. Das ist ja schon länger bekannt. Genau, und in der ersten Phase wird, also mit dem Launch, wird Onixia und der geschmolzene Kern, also Molten Core, verfügbar sein. Und sie haben sich jetzt tatsächlich dafür entschieden, Diamol nicht, also Düsterbruch nicht, direkt im Spiel zu haben, was ich für die erste sehr, sehr gute Veränderung halte. Denn wie viele andere war ich auch der Meinung, dass wahrscheinlich der Düsterbruch oder der Diamol einfach den Spielern ja viel zu gutes Gier gegeben hätte und Molten Core dementsprechend noch einfacher gemacht hätte. Und es wird natürlich schon ein bisschen einfacher, weil einfach die Taktiken bekannt sind. Und da finde ich einfach diese Entwicklung gut, dass sie hier gesagt haben, hey, wisst ihr was, Diamol brauchen wir nicht direkt am Anfang. Das kommt ein bisschen später. Das ist die erste größere Veränderung. Maraudern kommt direkt am Anfang. Ja gut, finde ich jetzt nicht so mega wichtig. Finde ich ganz cool, aber nicht unbedingt relevant. Genau, außerdem wird auch, also Regos und Kazak werden nicht direkt am Anfang drin sein, also die beiden Worldbosse von Vanilla. Finde ich auch gut, ja, dann hat man hier auch nicht direkt so das Gekämpel von den Worldbossen, sondern man kann sich erstmal auf die anderen Dungeons konzentrieren. Und auch nicht direkt das starke Gier, weil die droppen zum Teil gerade Kazak relativ starken Loot. Genau, die zweite Veränderung kommt dann, dass auch zu Grupp nicht zeitgleich mit Blackwing Lair, also mit dem Pechschwingen Horde, kommen wird. Und das finde ich auch eine gute Änderung, weil ähnlich wie bei der Diamol-Multencore-Geschichte eben auch zu Grupp unter Umständen, einen negativen Einfluss auf die BWL-Erfahrung einfach hätte. Ja, dadurch wird es vielleicht noch einfacher, auch einfach durch die Grupp-Verzauberungen. Ja, die sind sehr stark und die möchte man auch einfach hier noch nicht drin haben, während die Leute noch BWL machen. Ja, das finde ich wirklich sehr gute Nachrichten. Und die dritte Ankündigung ist dann hier auch noch, dass auch die Smart-Grünen Drachen leicht verschoben werden. Und zwar sollen die schon vor der Eröffnung von AQ kommen, einfach damit die Leute quasi da schon so ein bisschen Nature-Resi, also Natur-Resi sammeln können, weil man das einfach in AQ sehr viel braucht. Genau, dann haben sie sich nochmal die Gegenstände angeschaut, die den stärksten Machtanstieg gewähren, also einfach die quasi das größte Upgrade für euch sind. Und haben dann nochmal so ein bisschen geschaut, okay, welche Gegenstände müssen wir vielleicht noch so ein bisschen anpassen, welche waren zu schwach, welche waren zu stark. Und sie haben quasi einfach hier dann geschaut, also während des Verlaufs von Vanilla wurden einige Items mal quasi verändert einfach, wenn man gedacht hat, oh, die sind zu stark oder die sind zu schwach und dementsprechend hat man sie halt angepasst. Und wir haben hier zum Beispiel nochmal gesagt, dass zum Beispiel die Gamaschen der Titanen, also die Titanic-Laggings kommen zum Beispiel erst mit Patch 1.10, ja, und nicht vorher. Und weil sie einfach quasi verhindern wollen, dass bestimmte Items einfach schon zu früh im Spiel sind und die einfach eine zu krasse Auswirkung auf das PvE und auch auf das PvP hätten. Ja, finde ich auch ganz gut, weil ich finde, man liest aus dem Posting hier echt gut raus, dass sich Blizzard wirklich intensiv Gedanken macht mit WoW Classic und das sind wirklich positive Veränderungen. Genau, so, und jetzt schauen wir uns mal den, ja, Contentplan an. Das beginnt mit Release, ja, also mit Phase 1, und zwar mit dem geschmolzenen Kern mit Onyxia und Maraudon. Und das finde ich sehr gut, ja, denn, wie gesagt, wir haben dann hier noch kein Diamol, kein Düsterbruch und können uns dementsprechend auf den Onyxia und Molten Core Loot auch erstmal freuen und konzentrieren und werden hier nicht schon direkt mit Diamol konfrontiert. Und außerdem gibt es ja auch immer noch die ungeklärte Frage, ob man überhaupt in Diamol so krank Gold farmen kann, wie in 2005, 2006. Gerade Hunter und auch Magier konnten da sehr, sehr viel Gold farmen und sehr einfach Gold farmen. Und da wird auch nochmal die Frage sein, ob Blizzard überhaupt das noch verändert oder anpassen wird. Und ich denke allein der Fakt, dass Diamol nicht direkt mit Release ingame ist, ja, auch nochmal gut, weil dann haben sie natürlich nochmal mehr Zeit, um darüber nachzudenken, wie sie das mit dem Gold machen in Diamol. Ja, denn Hunter konnten da bis zu 120 Gold pro Stunde farmen und das ist einfach ein bisschen blöde für die Serverökonomie, ja. So, in der zweiten Phase kommt dann hier Diamol, Azuregos und Kazak, wie gesagt, haben wir auch schon angesprochen, kommt dann einfach danach, finde ich auch cool, kann sich darauf nochmal freuen und ja, Bombe. So, Phase 3, BWL, Dunkelmond Jahrmarkt und die Dunkelmond Items kommen dann auch, finde ich auch gut so. Also, wie gesagt, ich würde mir sogar hoffen, dass vielleicht der Dunkelmond Jahrmarkt auch den World Buff nicht gibt, weil den finde ich irgendwie, ich finde generell World Buffs einfach überflüssig und ja, machen das Game einfach noch einfacher. Von daher, aber wer weiß, es wird wahrscheinlich einfach so kommen, wie es war. Finde ich aber auch gut, die dritte Phase, wie gesagt, die vierte Phase, dann hier Zulgurub und die Emerald Dreams oder die grünen Drachen. Finde ich auch gut, ja, ZG kommt wie gesagt nach BWL erst, dass die Leute einfach in der Early Progression in BWL halt hier nicht die Zulgurub in Chance haben, das finde ich wirklich cool und wie gesagt, die grünen Drachen auch nice for Akku, da ein bisschen naturresiv haben zu können. Phase 5, ja, dann kommt dann der War Effort Patch, das heißt, man kann dann wieder diese ganzen Materialien sammeln und sobald ein Server quasi alle Materialien gesammelt hat, wird dann halt Akku freigeschaltet und hier kommt auch T0,5, ja, da wollen auch einige das schon ein bisschen früher drin haben, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, was dann erst kommt, dass man einfach so neuen Spielern den Einstieg ins Spiel ein bisschen erleichtert, die dann halt eben hier T0,5 noch farmen können. Ja, und mit Phase 6 endet die ganze Geschichte mit Naxxramas und der Scourge-Invasion oder der Geißel-Invasion. Genau, endet dann quasi der Content, den wir so von 2005, 2006 noch kennen von Vanilla. Ja, danach kam dann quasi diese Burning Crusade, also die erste Erweiterung von WoW und ja, da wird dann einfach die Frage sein, ob quasi Blizzard dann noch neuen Content in Vanilla bringt oder ob sie danach direkt Burning Crusade bringen, wird man einfach mal abwarten müssen. Genau, dann haben sie hier auch noch ganz explizit erwähnt am Ende, dass quasi das PvP-Gear hier noch nicht erwähnt wird, wann es genau kommen wird, ja, und auch, dass hier die Phasen 2 bis 6 noch nicht genau feststehen, das heißt, sie kann sich immer noch mal ein bisschen was verändern, ja, sie wollen sich da einfach nicht hundertprozentig festlegen momentan, kann ich auch nachvollziehen. Und wie gesagt, mit dem PvP-Gear wird man einfach nochmal schauen müssen wahrscheinlich, inwiefern man, also wann man überhaupt das BG-Ranking und so weiter, das Ranking-System einführt, ja, wir haben ja auf jeden Fall gesagt, es wird nicht von Anfang an drin sein, wird, ja, auf jeden Fall spannend nochmal sein, wann genau es dann reinkommt und natürlich auch die Frage wird sein, wann das PvP-Upgrade kommt, ja, denn die PvP-Items wurden während der Phase von WoW Classic irgendwann mal geupgradet, also stärker gemacht, damit sie quasi einfach so mit dem Akku und Naxx-Ramas-Gear dann irgendwann mithalten konnten. und Blizzard sagt hier einfach noch, dass sie sich einfach noch ein bisschen Zeit damit nehmen wollen, weil sie einfach schauen, ey, sie müssen einfach die PvP-Belohnung und auf die PvE-Belohnung anpassen, ja, das eine oder das andere darf nicht maßgeblich stärker sein, ja, sondern die PvE- und die PvP-Spieler müssen immer so in einem gesunden Verhältnis zueinander, sag ich mal, stehen. Genau, ja, dann sagen sie hier am Ende noch, sie können noch nicht auf wieder das Detail eingehen, aber sie lesen natürlich alle Fragen von uns und werden uns auch weiterhin mit Antworten versorgen, ja, und ich muss sagen, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gute Neuigkeiten von Blizzard hier, auch einfach so, dass sie an ihrer Achse festhalten und uns wirklich weiter regelmäßig auf dem Laufenden halten, finde ich cool, und ja, die Leute posten hier auch schon fleißig Kommentare drunter, ja, überwiegend positiv, und deswegen könnt ihr auch gerne mal unter diesem Video hier eure Kommentare lassen, ja, wie findet ihr die Änderungen, ja, findet ihr die gut, schlecht, Bombe, und was ist eure Meinung zu dem neuen Contentplan in sechs Phasen, ja, und wenn ihr noch nicht genug von WWW Classic habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Stream mal vorbeischauen, ich streame immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr auf Twitch, ja, da unterhalten wir uns immer über all diese Themen hier und haben auch schon eine kleine Community gegründet, und werden wahrscheinlich auch zwei Gilden gründen im Sommer dann auf Vorder- und auf Ali-Seite auch, auf einem PvP-Server, das wird auch eine lustige Geschichte, ja, wer damit machen möchte, kann auch gerne mal auf unseren Discord-Server kommen, der ist unten verlinkt, und ja, in dem Sinn würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video, Ciao, ciao! ! Ciao, ciao!